Moin Moin! So, jetzt geht's wieder weiter mit Down of the Ends of Uplation 2. Im letzten Teil waren wir ja bei dem... Oh, bisschen laut. Letztes Jahr mal sind wir auf den Mountains. Wir haben die Mountains freigeschaltet. Und da geht's jetzt auch fern hin. Ich habe dort geöffnet. Es gibt keinen Grund, um dort zu gehen. Aber sollte die Neid entstehen, das ist wo es liegt. Ich verstehe. Also, das ist dein Haus? Such eine Ausstellung ist nicht verwendet. Es ist kein Wunsch zu versuchen, mich zu personieren. Ich verstehe. Oh! Und da haben wir abgeschossen. Und da haben wir abgeschossen. Ich verstehe. Es wird kein Wunsch auf unsere Wunsch-Battle-Kapabilität sein. Ich versuche es als ein Raptor-Type. Ich kann Ihnen 13 verschiedene Wunscher-Cut-Würfen, wenn Sie möchten. Aida! Was bist du? Der Ästimative Superiority Index ist 50%. Du kannst du einfach ausführen. Du kannst du einfach ausführen. Du kannst du einfach ausführen? Natürlich. Deine Irrationalen Aktien haben diese Fräulein in eine Krise. Und du hast es geschafft. Enough ist das. Was ist mit dir passiert? Der Leute ist kaputt. Leo, lass uns weg von hier! Dammit... BABY! 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 Game over! BABY! 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 Was? Hm. Okay. Ich werde mal was versuchen. Was? Ich glaube, wir schaffen das nicht. Vielleicht brauchen wir oben einen Upgrade. Aber bis dato schaffen wir das überhaupt nicht. Was ist das? Was ist das? Was? Infected mit einem Virus? Das Programm war Infected mit einem Virus. Was are you going to do? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es. Der Laborator, wo Ada gemacht wurde, ist nahe hier. Wenn wir da gehen, können wir etwas wie eine Vakzine finden. Leo, warum gehen wir da nicht? Wir müssen es versuchen. Wir müssen es versuchen, die SOS. Wenn nicht, wir können... Leo, ich weiß, ich habe zu viel von dir gefragt. Danke. Es ist nichts, wirklich. Es ist nicht so. Schau. Ein Helikopter wurde attackiert. Was ist es hier? Wir müssen es, Leo. Wir haben den Metatron Aura. Wir müssen es versuchen. Wir können es nicht reparieren. Wir können es nicht reparieren. Ist das auch ein Effekt des Virus? Lass uns das Vakzineinprogramm finden. Okay. Es wird noch ein Bewohner. Aber wir können nicht kämpfen. Wir dürfen es nicht reparieren. Wir müssen es nicht reparieren. Ich wollte es reparieren. Weil wir etwas live haben. Weil so eine Viertel, ein Drittel vielleicht die Hälfte hätte mir ausgereicht. Ah, was? Wir können nichts. So, das ist die Hause von Ada. Es scheint, dass es ein localer Server hier gibt. Ja, ich hoffe, Ada kann es verabschieden. Was ist das? Hmm. Okay, dann hier vorne noch eins, und das war's. Was war's? Wir sind immer noch auf dem Virus. Okay. Es geht nicht, ohne Scheiß. Es geht nicht. Es ist das, der Home. Das heißt, wir müssen ihn hier umruhen. Also, das ist das Haus von Ada. Es scheint, dass es hier ein localer Server gibt. Ja, ich hoffe, Ada kann es verabschieden. Guck! Guck! Hm, da! Da ist eine Pfeile. Also, wenn wir hier... Wir sind ganz am Ramm drin. Und jetzt geht's Hier runter Was ist das? Oh, das ist ein Passwort Wir haben das Programm bekommen Ich beginne die AIDA-System-Recovery Kannst du das tun? Recovery is complete I will begin controlling Jehuty again AIDA? Yes? Are you back to normal now? It is difficult for me to make that judgment If you are asking whether there is no more difficulty with the virus, the answer would be yes You're okay now, that's great I have already deleted the infected modules, I am sorry for the trouble What did you say? I repeat, I am sorry for the trouble That's okay Let us continue the mission Oh, actually But here is also one We need the Passcode Okay We need part 1 and part 3 Okay, now we can fight 6 5 8 5 5 5 We have chopped down the enemy. Colony damage increasing due to battle. Scheiße. We have chopped down the enemy. Colony damage increasing due to battle. Enemy data source is approaching our location. What? What? We have chopped down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. Damage to the surroundings increasing due to battle. We have chopped down the enemy. We have chopped down the enemy. We will cease battle position. The enemy can help. Let them help. Enjoy this affair. I don't care, too. und okay ein ding haben wir noch und wir haben wir haben fallen auf und haben wir noch was was wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben So, wir haben einen Schlöter-Skyr. Also, wir haben einen Schlöter-Skyr. Wir haben einen Schlöter-Skyr. Da ist es. Mal schauen. Erster Eingang. Da waren wir. Wir haben aber leider keinen Code gekriegt. Das heißt, dass wir in den Bereich wechseln. Vielleicht. Ich hoffe wirklich, dass die immer noch Hilfe brauchen. Eine gute Taktik in Ihres Database? Jehuty ist nicht mit einem Minimum-System-Programm. Wir müssen weitere Funktion Modulen. Wir haben einen SOS von Block D07. Ein Squadron von Raptors attacken die Kolonien-Schaft. Wenn die Kolonien-Schaft verletzt wird, wird es große Schmerzen zu der Kolonien selbst. Leo, wir müssen sie helfen. Lass mich Block D07 mit einem Marker indikieren. Ja, wir müssen sie helfen. Wir müssen sie helfen. Wir müssen sie helfen. Wupf. Wie viele Gegner. Ich hoffe wirklich, dass wir hier ein Passwort bekommen. Anfeinstellung. Wir müssen die Corona-Schaft verletzt werden. Wir müssen die Schmerzen aufhörern. Wir müssen die Schmerzen aufhörern. Wir müssen die Schmerzen aufhörern. We have shot down the enemy. We are heading for the outer area of the battle room. We have obtained the Megatron Orb. We have shot down the enemy. We have shot down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. Come on, come on, come on. We have shot down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. Enemy backup force is approaching our location. We have shot down the enemy. Enemy backup force is approaching our location. We have shot down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. We have shot down the enemy. 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 Mission accomplished. I will report damage to neighboring areas from this battle. No damaged buildings. No casualties either. The attack on the colony shaft has ceased. Risk has been avoided for now. Well done, Leo. Puh. It's saved. Okay, there is nothing here. What we need. Well done. Haynes. I'm going to give to Nintendo. onzadedackfabrik. I can find datum. Ich will diese drei abklappern, die drei, weil ich weiß echt nicht, da sind Bolo, vielleicht haben wir da einen Code. Mit der Reinforced-Programm, be careful. Ja, ich kann das. Ja, ich kann das. In die Halle-Battle-Positions. Was? Wow, das ist ein Dicke. Wo? Oh, da ist noch eins. Eine, eine, eine. Wir haben jetzt einen Passport 1. Nein! Wir haben eine Pord. Wir haben eine Pord. Wir haben eine Pord. Wir haben eine Pord. Das war's. We have destroyed a quarter 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 Two in the middle No We have destroyed a quarter The trap has been released What do we have here? Okay, we don't have to go there Up, 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 up There it is We have obtained the Metatron Ore That's what I didn't have That's what I didn't have And there is something We have obtained the passcode So Now we have the password for you No, 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 no No, no, no What is here? We have obtained the program Found 3 Found 3 Where do we find the second one? Maybe... It's easier if it's here It seems that in this area there is an enemy which we cannot define by visionary traits What do you mean? The enemy is in stealth mode We cannot lock on to an enemy in stealth condition I recommend you not get any closer to it until we can find a solution Hmm There is something I will try something We will hold battle position Okay Colony damage increase due to battle We will cease battle position We will hold battle position That's when it goes through We will hold battle position Enemy backup force is approaching our location We will hold battle position Colony damage increasing due to battle When was this here? We have obtained the metatron ore We have obtained the metatron ore Okay, das ist doch. Was ist das hier? Also warum ist das wieder so ein E-Wade? Was ist das hier? Leo, in dieser Situation kannst du niemals gewinnen. Lass uns hier mal weg. Leo, du kannst du weg? Okay. Das geht also auch nicht. Ja und hier brauchen wir noch das Passwort. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht ist hier ein Passwort. Wir haben ja aber die Gegner schon gekämpft. Wir haben den Metatron-Ohr geändert. Hm, ich glaube, ich weiß wo. Bei EP2 haben wir den Code gekriegt für unsichtbare Dinge. Das ist nur die Frage. Das ist nur die Frage. Was hätte ich bis dahin? 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 Und gucken, ob wir da das Styling. Ob wir das nochmal erforschen können. Was hätte ich bis dahin? Hm, hm, hm. Ah, nein. So, und dann. Hier ist der Wand. Wupp. Nein. Wupp. Das ist die Frage, wo die Wand war. Das ist doch der Wegstrung. Die Wand? Hm. Hier war's nicht. Ja. Wir müssen ihn aufsaugen. Und er die Daten hin. So, jetzt können wir sie besiegen. Das ist so schlau gemacht manchmal. Dann fände ich. Aber ich würde sagen, wir räumen hier auch nur ein bisschen auf. Wir haben eine Börse getötet. Vector Trap wurde geliefert. Wir haben den Passcode erhalten. Okay, so was ist das für den Passcode? Wir werden die Position halten. Ja, zehn Spots, zehn Truppen. Wir haben den Enemü. Die Enemü-Gottom-Force ist in unserer Position. Die Enemü-Gottom-Force sind in der Position. Wir haben den Enemü-Gottom-E necessitateiert. Wir haben den Enemü-Gottom-Einemü. Wir haben den Enemü-Gottom-Einemü. Wir haben den Metatron-Ore bekommen. Wir werden die Position verletzieren. Wir werden die Position verletzieren. Die Enemü-Gottom-Force ist befinden uns auf unsere Location. Gut, wir kommen runter. Ähm, wir fangen an. Nein, nein, ähm, wenn ihr aufgefallen seid, beim Start dieser Aufnahmestakt, ähm, haben wir wieder aufgegangen mit 6, und wir waren eigentlich auf dem Elvin ausgehört. Also, bevor wir zum normalen Elvin sind. Ähm, Grund dabei ist... Ich wollte das speichern, danach. Also, ihr habt ihr ja auf einmal aufgenommen, äh, aufgetrennt. Ich wollte dann abspeichern. Und, ähm, dann habe ich gesagt, okay. Und die CD hat sich wieder, wieder neu gestartet. Also, der Teil ist aber, laut, ähm, Version 2, Inhalt, auf der Speichernkarte. Aber, und wie will das spüren, dass die Speichernkarten nicht sehen? Dann habe ich heute, vor der Aufnahme, noch, bester Stelle gespielt, wo wir das erste Mal den Weltraum werden gesucht haben. Und hab dann auch abgeschmert. Und genau das gleiche. Genau das gleiche. Also, leider geht sofort hier. Dann muss ich heute die ganzen anderen Waffen unspielen. Hm. Ähm. Ähm. Die Pisschenbrief. Und Waffe die Kerstin 2 ausmachen. Das heißt also, wir spielen das Spiel jetzt, äh, ohne Speichern. Und ich hoffe, dass es nicht so schwer ist. Oder nicht so lange dauert. Weil, die Pisschenbrief ist echt schon extrem laut, und ich schlafe ja auch in diesem Zimmer. Oh, da ist was. Wir haben das Programm erreicht. Wir haben das Programm erreicht. Und hier. So, da kommen wir jetzt. So, hier ist das Ende des Let's Play. Ähm. Ähm. Im nächsten Tag geht es weiter. Und, ähm. Ja. Wenn ihr es noch nicht gehabt habt. Und ich noch nicht gemacht habt. Dann, ähm. Versucht mich einfach bei Twitch. Lass mir einen Follower. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.